Das ist der Moment im Aeroporto da Pampula. Fußballstar Neymar hat am Sonntag das Krankenhaus in Brasilien verlassen. Hier in Belo Horizonte hat er sich an Operationen unterzogen, an seinem verletzten Fuß. Er hatte sich hier vom Arzt der Auswahl Brasiliens operieren lassen. Viele Anhänger der Auswahl von Brasilien hoffen nun, dass Neymar schnell wieder fit wird und im Sommer an der Weltmeisterschaft in Russland für Brasilien teilnehmen kann. Neymar spielt ja mittlerweile für Paris Saint-Germain, aber der Klub in Frankreich wird noch eine ganze Weile auf den Stürmer verzichten müssen. Etwa drei Monate soll die Rehabilitationsphase dauern. Neymar gilt weiterhin als der teuerste Spieler auf Erden, dass ein neuer Klub Paris Saint-Germain im Sommer folgenden Jahres rund 222 Millionen Euro für ihn an Barcelona bezahlt haben soll. Neymar hat bisher in 83 Länderspielen schon 53 Tore erzielt und er hat in dieser Saison auch bereits 28 Tore für Paris erzielt, sowie 16 weitere vorbereitet. Brasiliens Auswahl spielt bei der WM in Russland zunächst am 17. Juni gegen die Schweiz, danach geht es gegen Costa Rica und gegen Serbien. Das Länderspiel Deutschland gegen Brasilien am 27. März in Berlin muss damit ohne Neymar stattfinden. Mas, pelo menos, os primeiros 15 dias com certeza.